Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zusammengebaut hier im YouTube-Channel von Oconio. Heute schauen wir uns das Pariser Restaurant einmal genauer an. Es besteht aus genau 2469 Steinen aus Liebe zu Frankreich. Dem Set sind insgesamt fünf Minifiguren, ein kleines Moped und eine Ratte beigegeben. Und hier sehen wir schon sehr schön das erste Stockwerk und das Dachgeschoss samt wunderbarer Verzierungen dort oben. Das Ganze mutet natürlich an wie Frankreich, wie Paris, wunderbar. Ja, der Koch ist etwas wackelig auf den Beinen und wir drehen das Gebäude einmal und sehen hier, klar, das übliche Stecksystem, also auch das Pariser Restaurant lässt sich wunderbar mit weiteren Gebäuden der Reihe verbinden. Sehr schön, wie ich finde, sind die zahlreichen Fenster. Das heißt, es kommt wirklich immer viel Licht in das Restaurant und die weiteren Stockwerke. Dort Gestrüpp, dass die Fassade hochwuchert. Und jetzt springen wir nochmal nach vorne und sehen dort die Außentische. Es gibt aber auch Plätze im ersten Stock und natürlich auch im Restaurant selbst. Und da sind wir schon. Dort also das womöglich künftige Pärchen erhält ein Ring in den Händen. Der Kellner kommt herbeigeeilt und hinten ist die Küche des Restaurants samt Truthahn. Jetzt zoomen wir einmal ran an das besagte Pärchen. Dort der Ring, bekannt natürlich aus den Sets zu, genau, der Herr der Ringe. Wer hätte das gedacht? Sehr schön übrigens auch, muss ich sagen, sind die Fenster gestaltet mit den Gardinen. Das ist schon eine tolle Variante. Und dort hinten sehen wir auch noch ein Bild. Tja, so muss das sein. Also ein stimmungsvoller Restaurantbesuch, den die beiden hier verleben mit Zukunftsperspektive. Dort der Wandschrank. Den finde ich auch klasse. Dort stehen also einige Flaschen. Und die Schubläden lassen sich übrigens in diesem Fall nicht öffnen. Also hier steht die Ästhetik im Vordergrund. Der Koch, mitten in seiner Küche. Und das ist ein großartiges Szenario. Das Nudelholz ist mein Favorit. Aber auch die gestapelten Teller. Und die Töpfe stehen alle genau dort, wo sie hin sollen. Ordnung wird groß geschrieben. Klapp. Genau. Im ersten Stock gibt es ein kleines Apartment. Und ein Klappbett, um ein wenig Platz zu schaffen in der engen Bude. Auch eine kleine Küche darf nicht fehlen. Nur wenn der große Hunger plagt, einfach ein paar Schritte runter gehen. Und man ist im Restaurant ebenfalls zu Hause. Und wer möchte, kann hier entspannt auf dem kleinen Glasbeistelltisch seine Füße hochlegen und im Sessel Platz nehmen. Oben gibt es noch eine weitere großartige Überraschung. Denn, erstmal erneut Klapp. Genau. Und dann werfen wir einen Blick hinein in das sehr schöne Atelier, das Lego diesen Set spendiert hat. Und auch das passt perfekt zu Frankreich. So, und jetzt sehen wir mal, was dazu gehört. Natürlich Tusche, Pinsel. Und es kann munter drauf losgemalt werden. Die Montagsmaler lassen. An dieser Stelle grüßen. Ein kleines, aber feines Atelier dort oben im zweiten Stockwerk mit Zugang rechts. Nicht nur die Fassade des Pariser Restaurants begeistert, sondern auch die Inneneinrichtung ist nahezu perfekt. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Rückseite des Gebäudes an. Wir sehen hier unter anderem einen Hintereingang. Und direkt daneben findet sich eine große Mülltonne, wo all das reingeworfen werden kann, was die Gäste nicht mehr aufessen. Tja, und das Pärchen hat sich jetzt ein sonniges Plätzchen gesucht, draußen auf der Terrasse. Und der Kellner kommt mal wieder herbeigeeilt, um die nächsten Wünsche aufzunehmen. Und die Flasche wird natürlich auch schon wieder serviert. Chealbert mit dem Eiffelturm. Natürlich, an dieser Stelle sei gesagt, ein Aufdruck, kein Aufkleber. Und diese Dame lässt sich auch noch ein Croissant schmecken. Also mehr Paris geht wirklich nicht. Das Moped steht auch noch vor der Tür. Und man kann dort, wie gesagt, in aller Ruhe sein Croissant sich schmecken lassen. Und noch einmal der Blick ganz nach oben. Dort sehen wir einige Croissants, die sich übrigens nicht essen lassen. Sollte man jedenfalls nicht tun. So, der Koch persönlich sagt Au Revoir. Auch wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Denn das war sie. Die Vorstellung des Pariser Restaurants aus der Creator Expert Motila Building Reihe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns bei nächster Gelegenheit wieder, wenn es wieder heißt Zusammengebaut. Hier im YouTube Channel von Oconio. Bis dahin, Au Revoir und Tschüss.